ich werde botlen campen so hat wie es geht Ahhhh Yes indeed Meine Ohren! Pains! Pains very much! Was bin ich das? Nein... Ich habe meine Hand auf meine Beine gelegt Aber meine Hitze habe ich auch in den Kopf gekauft oder nicht? Das ist leicht wie ich zu machen Also, Red, Wölfe, Blue, Botlin Gut Ah, da wird was noch Ehhhhh Der Club von denen ist super merkwürdig Ehhhhh Jep 140 IQ Und vorne ist f*** Genau Fucker Monogatari Nein! Nein! Sandra, bitte tu das nicht! Wie? Ja, wie, ich kenne den Also, ich kenne nicht die Sandra, aber ich kenne den Anime Den sie hinweist Der ist abgefuckterweise Der ist abgefuckterweise Welche ist das? Weißt du wie der heißt? Ja Ich schaue dir die Sandra an unserem Club und weißt du es Achso, direkt so heißt das Ok, dann weißt du auf jeden Fall was ich nicht mehr gucken werde Deswegen weiße, da gibt es eine merkwürdige Szene drin Was mir einfach vorkommt wie ein Zahnbürsten vorne Oh nein Oh nein Ja Ja, genau der Genau der Doch, die Szene kenne ich Ja Ja Der Name kommt ja irgendwie bekannt vor Woher, ich konnte das nicht Ähhhhh Nein Nein Mach doch mal die Augen auf Oh mein Gott, das fängt jetzt schon an Halsch Waaah Waaah Das ist Level 2 Ein Stück Scheiße Gut das Jenna ist schön Oh, das ist so fair Die Hälber ist da hinten Die Hälber ist da hinten Ach guck mal Der Skin ist einfach nur widerwärtig Nein Nein Vielleicht ja immer eigentlich hat man nichts geskillt Ähhhhh Ja hätte es sein können, dass du hookst Dann hätte ich eh geskillt Ansonsten skille ich normalerweise B als zweites Ja Naja Ja bitte ich Ich hab jetzt gar nicht mehr zu meinen Hälber Komm Sag wenn ich Schluss ganken soll Ja komm her du Stück Scheiße Das war unnötig Was ich gemacht hab Ja Vielleicht nehm ich zwar hin Weißt du nicht warum du da jetzt Exhaust bekommst? Ich Weiß es einfach nicht Ja Ist inzwischen irgendwie so eine So eine Reflex Reflex Reaktion Fuck Ja Reflex Reaktion Meine Fresse jetzt kann doch nicht sein Nicht mehr wechseln mit Redux Reaktion bitte Das ist was anderes Das ist das Bequipe Du hast den Rheinland schon ne? So kommt her Du kommst der Du bleibst jetzt raus das ist nicht frei Ruhn es ist mir scheißegal was top lane abgeht und was mit lenken auch abgeht ist mir auch scheißegal wobei es bei sind so ist eigentlich aufpassen in welche richtung ist mir scheißegal die richtung ist mir nicht egal ich will einfach nur den ich bin ein bisschen anders in der welt also lieber den busch waffen und geburt links geworden Nein, Hirn. Benutze. Schaut mal, da oben ist ein Wort. Dann kannst du es nicht gerne. Loll. Ich glaube, wieso ist er selbst verspunden? Weißt du warum? Weil der Wort nicht im Buch steht. Oh, mach mal. Verkackt. Verkackt. Das ist ein Abhängenswort. Total. Du wartest hinter der Wand, warte bis da jemand nah rangeht und flaschst ihn über die Wand und flingst ihn rüber. Über die Wand. Ja, genau. Über die Wand. Nice. Good shot. Weeeee. So, nice. Das war clean. Toter Hund. Ja, das ist das Problem, weil Jenna voll ist in 6, sie kann halt nicht viel machen. BZW, sie macht nicht viel. Da sind die Spiele immer noch so Jenna, wie sie Jenna gespielen vor dem Patch. Und da sie jetzt ihre Passen fährt, müsste sie eigentlich extrem aggressiv gehen. Tut sie aber nicht. Auf gut Deutsch, sie verkackt. Ich glaub. Ich glaub. Ich glaub, das müsste mal. Ich schieße den Turm in der Situation und der Sturm sowieso kein Dammelbstrick. Ich glaub, ich baue nur Borg. Das ist, äh, vielleicht ein bisschen Overkill. Overkill ist doch gut. Ja, ne. Ja, aber nein. Aber ja, aber nein. Ja, aber nein. Aber ja, aber ja, aber ja. Aber ja, aber ja. Aber ja. Aber ja. Ich baue nur Borg. Borg bringt mir wenigstens auch was gegen Kogma. Und die Shogar Borg bringt mir das nichts gegen Kogma. Hm? Hm? Finizier hast du später was mit dem Borg gegen... ...gegen Shogar von... ...Nah. Es war nur Borg. Naja, gut. Was bringt dir etwas... ...Naja, gut. Du baust... ...Borg... ...Also... ...Zwein zumindest. Du baust Borg first. Gegen Triple Tank baust du Rageblade first. Und... ...Gegen weiche Teams baust du halt Crit. So. Voll Team. Die sind direkt vor dir. Sorry, ich hab's... Mach doch mal die Augen auf! Nein! Mach doch mal die Augen auf! Halt! Warum ist ein Ward? Weiß drauf, die sehen mich eh nicht. Na, ist Three. Ja, ist echt so. Zombie Ward. Tada! Ja. Da haben wir sie allein. So. So. Was? Na, war er. Äh, lol. Okay, du kannst... ...Wir kloppen zurückgehen. Ja. Krieg ich... ...Krieg ich... ...Sorgen die sonst lassen, oder? Ja. Hä? Wo ist der denn? Ich hab mal angemerkt. Das war der erste Punkt, den ich verfehlt habe. Noob. Ja. Diese Petition... Weis, ich weiß. Ich weiß. Ich weiss. Ich weiss. Ich weiss. Ich weiss. Ich weiss. Ich weiss! Thyra Esauptzeit! Ich weiss! Weiss, was? Ich werd'n Buch... Ich werd'n Buch druberschreiben. Ich weiss. Da stehen nur drinne... ...Ich weiss. Da steht drin' rideron. Just Monica... Just Monica Knight! Ist es ein Insider den ich nicht verstehe? Ja, von einem Spiel, was du gar nicht spielen willst. Welches denn? Ich hab eh keinen Verstand, also los gehts. Nein, das Spiel kann man nicht erklären. Das kannst du nicht erklären. Lame. Ja, also, theoretisch. Aber? Ja, praktisch liegt das mit deinem Verstand. Lame. Und Artillerie? Wo? Vorteile ich noch Bottle-Langings? Schaut nicht. Okay, dann versuche ich mal die anderen Lanes zu gewinnen. Irgendwie. Ich weiß nicht, Schau, Alter. Es ist echt ein Wunder, dass mit Lanes noch keiner verreckt ist. Mein Walzer hat seinen Aufbray-Botten. Ich hab die Syndra grad mit meinen Ultblitzen getötet. Ich hab die Syndra grad mit meinen Ultblitzen getötet. Das sollte dein Arsch hierher bewegen und nicht ARF-Kart sein. Warum wachst du da? Ich glaube, er hat Lex. Danke. Äh, nicht wirklich. Okay, das war's wirklich schlimm. Mein Hirn ist halt irgendwie ganz aktiv. Das ist wirklich drin. Das ist schwierig, einen Minion zu lassen, wenn zwei Minions ineinander stehen. Und zwar wirklich hintereinander. Lust verkauft. Mann! Warum bist du so schlecht? Warum bist du so schlecht? Warum musst du so schlecht sein? Es ist nur ein Spiel. Es ist nicht ein Spiel. Es ist Leak. Es ist Leak. Und ich bin hoch. Nein. Nein. Gott F***n. Geh einfach. Ich will dich nicht nur sehen. Geh einfach. Ich will dich nicht mehr sehen. Geh einfach mehr. Keine Scheiße mehr. Wie kann ich dir da verküssen? Ich bin da gehen. 0-2-0 Kogma hat ja auch auf die Farbe Okay, das war ein Mac, was ich? Nice, nice speed, triple kill in Arnar Okay By the way, unser Turm verlebt hat drei Verlust, wenn er hier bei Kogma immer schief angeguckt hat Also in der Zeit, in der ich eine Basic Attack mache, macht Kogma drei Das ist halt so ein bisschen Arc Cancer also Ist mir zwar egal, weil ich hier Board gebaut Und er versucht hat verzweifelt Ding zu bauen Ja Ich will nur, dass er eine Scheiße raus ist, ne? Oh, so ein Kack Millimeter Okay Nächste Scheiße raus Was meinst du mit Scheiße? Das ist ein Schugaf Das ist ein Nougat Ich hasse Nougat Aber eigentlich mag ich Nougat Ich kann mich nicht entscheiden Ja, frage ich mich auch Wieso habe ich das Gefühl, dass der Chugga-Flash-Flash-Ulti trifft Na, weil du vor live bist Na, weil du vor live bist Und sag, guck mal, der Nazi fällt Geh nicht rein, geh nicht rein Ops Nobody likes you Okay, jetzt brauche ich euch hin Sindra ist auch irgendwo Irgendwo Irgendwie nicht wissen wo Nee, bitte einfach zurück Ich hab noch keine Angelegenheit Ja Da wollte ich gar nicht die gätzen Habt ihr Blasen? Na, der hat ihn mal benutzt Hallo Ist ein Bane Hallo, ich bin's Vein Ich bin's Ich bin's Der Vein von heute Oder von morgen Oder von morgen Äh, sind er im Move wahrscheinlich got Wie ist der Elgenflug? Ah Ich hab mal meinen Passiven gebrockt Ah, ich geb weg Vielen Dank. Ich habe ja eigentlich 0,3 Attack Speed mehr als ich, wenn ich dann mein Kip 2 Recurve Bowes rufen konnte. Er plus einen. Gibt der Q-Hole oder was? Wieso hast du eigentlich eine Hydra und ein Tiermacht gebaut? Na, für Titanic. Und viel schneller Jungle machen. Und dann kann ich euch ja auch schneller helfen. Ja, du kannst auch schneller sterben. Nicht wirklich. Ich kann es denn eigentlich ziemlich leicht den Farben weghalten, ne? Das reicht mir schon, wenn Imana verbrauchen. Okay. 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 Und warum drückst du den Q die ganze Zeit? Und wer braucht Schumana? Ich gucke mal, wie der Star-Steven schon wartet, damit der Flash Ultima hinkommt. Oder auch nur Ultima. Ich weiß nicht, ob wir auch nur Ultima hinkommen. Ohne Flash. Ich gucke das schon an, wie es mit dem Q-Hole liegt jetzt genau. Okay, das ist ein sehr gescheiter Kontrollwort. Ja. Irgendwer war da gerade geistig. Ich weiß nicht, ob wir uns mal so spielen. Ich meine, niemand will zu uns enttouren, aber wir können jetzt nichts dagegen machen. Dann merken wir, die Syndra macht gerade die Mid-Lane-Turret. Die können wir auch nicht punishen, aber die läuft jetzt weg. Vielleicht können wir wenigstens den Bot-Lane-Turret essen, weil hier ist wieder nah. Dankeschön, übrigens. Fuck you. Das trau ich nicht mir jetzt wirklich noch zu. Ja. Ich weiß nicht. Eine Merklinie, die man supporten kann. Ähm. Ist das scheiß genug? Nein, ist er nicht. Ich bin nicht. Skrrr! Stopp, stopp! Ja, Leute. Was geht? Bane hat gerade ein Blasting-Wand bekommen. Und jetzt bericht auch den Arsch erst mal in die Bot-Lane, weil sonst ist der Tower gleich da. Na, Bot-Lane. Sinch, putsch, scheiße, bitte. Bitte, putsch einfach diesen Bot-Lane. Okay, nehmen wir mal ein Narchet-Hill-Instrument. Ja. Und deswegen ruft man normalerweise. Au. Ich bin dort. Du bleibst hier. So, das war Shogaf mit der Ult-Kan. Kann ich mit meiner Weh auch. Anmerken, dass ich gerade die Shogaf-Rolle gefolgt habe. Au. Au. Guter Hook. Hätte er die im Moment nur nicht in mich reingeworfen, hätte er nicht verfehlt. Leute, übrigens. Na, push, stopp, nein. Also wenn ihr Deck gehen wollt, ne, sincht, äh, Deck, also Deck, und Sinch läuft. Und, dummseg. Kriptörig. Kript in Peace, mein Freund. Kript in Peace. Kript in Peparonen. Brassel, Spaghetti, Nerva, Faghetti. Ich weiß nicht, warum auf höherem Elo-Leute eigentlich die Agencies immer so hochgeleitet sind. Unsere Elo-Leute kommt jetzt sofort, die Leute ignorieren halt, was dann Agencies steht. Die denken, die einfach so, guck mal, free time. Nein, in den höheren Elo-Leute spielen sie wenigstens als Team. Hälfte. Ah, richtig dauer ist. Meine Wehe braucht ja jetzt auch wieder Zeit, noch auf der Zeit. Nice. Voll, ne? Kannst du jetzt auch Shugav2 shoppen? Nein. Lade. Ich kann ganz oft, dass man, man, man ist, immer reißen den Arsch fangen. Geil. Geil. Oh, nicht, ich kann es wieder an Shugav2 shoppen. Geil. Warte mal, was? Äh, ja, ja. Ja, ja, ja. Hat die Pflanze benutzt. Ja, Shugav2. 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 Was ist ein Shugav2. Was ist ein Shugav2? Ein Shugav2. Ein Shugav2. Also ich bereu es schon, wie der Shugav2 dieses Game nicht gebannt ist. Ähm, ich genau weiß, wie die Late Game Files aussehen würden. Vielleicht wird es ein Shugav2 und nicht ein Tod. Nein, Rite is Glorio, der muss ja nicht mehr dafür Flash benutzen. Na, mit Flash hat es mehr Style. Nee. Doch. Flash machst du dann auch den Nächsten? Ja. Nee, normalerweise mehr Style hast, wenn du Flash-Ult auf den ADC machst. Und dann mit Righteous Glorio sofort auf den Nächsten. Auch wenn es dir sofort progen wird, weil es bei der ADC wahrscheinlich mit einem Team stehen wird. Aber hey. Aber hey. Das ist auch ein Master-Slow. Cool. Dann geht's. Wir könnten theoretisch sogar was machen. Ja, fünf. So engaged man. Genau so. Den will ich nicht engagen. Aber okay. 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 Ich find's schön, wie sie dich, Jampfer, vollkommen ignoriert haben. Also, mein Gott sei Dank ist mein Penta gewesen. Oh nein, der Bär nimmt den Killer. Ich bin so ein guter Penta-Stealer. Sie ist ja geil. Sie ist ja geil. Sie ist sogar da ranauf. Weißt du, wie viele Penta-Steals ich bereits gemacht hab? Zu viele. Wir müssen wieder. Wenig dafür, dass du gebannt wurdest. Nein, gar keinen. Mein Eigenbild hat sich ausgezogen. Ist hier ein Redbar. Zu völlig. Hallo? Redbar? No. Man. Oh. Ich dachte, ich hätte meinen Wirbel genutzt. Egal. Ich habe das Gefühl, du unterschätzt Trinity Force ein bisschen. Ja, ich unterschätze die Tatsache, dass du nicht tanky bist. Genau. Holy shit, das ist Attack Speed. Ich bin hier, um die Tanks zu töten. Und als im Bild schreit, sterbt Tanks, sterbt. Könnt ihr das hören? Könnt ihr das nicht reinhören? Nö. Ich bin taub. Wenn du jetzt jede zweite Base gecheckt, zwölf Prozent, dann ist maximale Lebensverschritten. Denkst du ja auch so lang, Baby. Wieso bin ich eigentlich tankt? Ich kann so schnell nicht reagieren. Oh, guck mal. Du kannst ihn ja echt fighten. Den Anti-Tank. Okay. Vielleicht können wir jetzt endlich mal den Spotlight-Shirt holen. Oh, weg, weg. Warte. Oh. Die ist auch hier. Die habe ich nicht gesehen. Ich habe nur den fetten, violetten Ball gesehen und dachte mir so, easy kill. Da hast du gesehen. Da sind viele Bälle. Ich glaube, ich sollte wieder weggehen. Da habe ich noch ein paar mehr Bälle gesehen und dachte mir so, hm. Ne, ich stehe nicht so auf jeder Bälle. Nein, danke. Freut mich nicht. Okay. Da hängt der und der Mann auf. Okay. Da hängt der und der Mann auf. So nein. Yay. Items. Wer. James. Ist eigentlich jemand zum System gehört? Ich? Nee. Es ist unnötig. Dann. 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 Oh. Hier. Oh yeah, hm. Seelen, hm. cuerla da. Mir reicht nur die Punkte andem meine Cue einfach nur da ist um zu rollen. Und nicht um Bonus-Damage zu machen. Ich greife das viel langsamer an, wenn ich queue ne? Jetzt. Ja. Meine Queue-Animation ist halt langer als mein, also ich finde meine Queue-Animation sollte mit einem Tech-Speak scablieren, dass es später nicht komplett vital ist, wenn ich rolle und einen Tech misse, oder eine halbe. Don't singt! Do your job! Hallo na! Ich habe überlegt zu trollen, aber... Nein, da will ja niemand doch, wenn welche kommt, verdammt. Können wir jetzt auch was damit machen? Können wir Baron machen oder so? Ich weiß ja nicht, ne? Der Meiser ist ein bisschen in Gefahr, wenn der... Ich glaube, er ist... Ich bin ein bisschen in Gefahr und gleich wieder Bälle ins Gesicht bekomme, wenn man keine QSS hat. Au! Au! Hm, ich sehe! Au! Holy shit! Ich werde einen Baron machen sollen. Ja, unlucky. Ich bin in Shadow. Hey, wir haben einen Backboard, das macht euch witzig. Wir machen den Kontrollwort. No, never mind. Kann ich jetzt immer noch machen? und der control wurde so weg oder ja anders als wäre sie gestorben schlug der schlug auf auch meinen nacken Das war mein Ziel. Oh Gott. Okay, das kann ich ja weggehen. Okay, ja, ich glaube, das war schon. Ja, von Ich dachte, das ist weg. Nein, ich bin nicht weg. Oder was ist ein Goat? Na, ein Snick. Hey, Digga. Na, was geht? Ender Tricks ist weg. Fürchte nicht. Oder den Freund nicht nehmen will. Wart nicht, Leute, aber einer von euch Tanks mit den Flings muss engagen. Ich mach das ganz bestimmt nicht. Ich bin reaktiv, okay? Ich stehe hinten und schieße das Tod, was in meine Attack Ranks läuft, die nicht besonders groß ist. Die ist nicht groß. Aber das, was da reinläuft, wird attackt. Ich kann zwei Tanks töten, das ist mir aber ziemlich egal, weil er kann keinen Zweck aufsagen. Das heißt, er kann nicht ansatzweise sein. nicht mehr in dieser Welt. Aber, ok. So, jetzt geht's auf Engage. Au. Au. Wee! NOOOO! Ich habe dich nicht hin. Ich bin sehr glücklich. mit stopwatch es ist jetzt so weit nächster plan dann definitions ein scheiße zurück gehen Ingo nimmt hat alle Hirn. Wenn du gebrochen hättest, dann kann ich das nicht sein. Ich weiß nicht, aber unsere Tranks sind Gätschen, das macht es ein bisschen schwierig gerade. Wenn ihr bitte 1-10-Faktoren holen. Nein? Nein. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Das war ein einziges kleiderer Dodge, aber wir haben es gewonnen. Sie haben auch alles auf mich geworfen. Ich habe keine Ahnung. 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 Ich habe alles vergessen. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß, das habe ich die ganze Zeit vergessen. Ich habe keine Ahnung. 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 Da bin ich nicht durchgekulissen. Um Gottes Willen. Also man könnte meinen, wenn man zwei Leute hat, die einfach Braindead auf die Gegner rennen und einen rausflicken können. Macht das auch mal einer. Das soll grad einfach nur so ein... Hoi! Na, oh mein Schein. Ja. Ja.